Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWenom1974 und genießt einfach dieses Logo. Ja, für die Leute, die weder die Beschreibung lesen können, noch den Titel lesen können, wir machen jetzt Labyrinth als Let's Play. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu dem Game erzählen, wenn wir dann gleich zu den Versionen kommen, die wir dann auch Let's Playen. Das ist sozusagen Folge 0 und ich kann Folge 0 und das ganze Let's Play nicht ohne den Titanen des Weihnachtszauber machen. Der Christmas Carol, der für mich Weihnachtsgeist-Let's Player der Zukunft, der großartige Starkiller vom Telespiel-TV-Channel. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich in meiner eigenen Küche verlaufen habe. Das hat der Weihnachtsmann übrigens auch und das finden wir sehr sympathisch. Also. So, das ist Labyrinth und wer das Logo gesehen hat, weiß auch, dass es hier auf der MSX ist. Ich will euch das nur mal kurz zeigen, dass es eine MSX-Version davon gibt. Da sieht von den Bildern gar nicht schlecht aus. Ich glaube, man kann David Bowie sehr genau erkennen. Was da steht, weiß ich nicht, aber du hast 13 Stunden Zeit, deinen Bruder zu rennen. Ist genau, basiert genau auf dem Film eben von David Bowie und Jennifer Connelly. Das ist das Labyrinth. Das soll dann eben, ich glaube Sarah heißt sie im Film, glaube ich, Jennifer Connelly nachstellen. Nein, ihr seht, die Figuren sind gar nicht mal schlecht animiert, aber da man eben nicht weinst, was man hier tut, habe ich mich entschlossen, diese Version nicht zu Let's Playen. Wird euch sicherlich überraschen. Tun wir auch nicht. Finde ich eigentlich schade, dass du es nicht machst. Ja, wenn es irgendwo eine vernünftige Fan-Übersetzung gibt, würde ich es mir dann nochmal überlegen, weil so schlecht sieht sie nicht aus, aber nee. Nee, farblich ist sie definitiv ansprechend. Kann man nichts sagen. Es ist gar nicht verkehrt. Ja, eben. Es gibt, das war auch ganz lustig, das weiß ich auch nicht. Ich meine, dafür bin ich ja eigentlich ein MSX-Veteran. Hier, ich glaube, hier ist der Punkt, wo man, glaube ich, durch muss. Ha, bin ich gut. Und du behauptest, du kannst kein Japanisch. Nee, nee, das ist bei einem anderen Game gleich genauso. Aber du siehst ja, jetzt musst du ja irgendwelche Akten... Das ist übrigens das Scum-Menü da unten. Also, nur, wir wissen eben nicht, was da steht. Gut, aber das nur so als kleiner Einblick. Das war die MSX-Version, jetzt zeige ich euch noch eine andere Version und dann in Folge 1 geht es dann auch richtig los mit dem Let's Play. Jetzt kommt noch eine andere Version, seid mal gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Kommen wir zur anderen Version. Das ist auch wieder Labyrinth. Wer konnte damit rechnen? Da fliegt die Eule, die ist auch nicht unwichtig. Die ist auch auf dem Cover drauf, falls das einen interessiert. Hat übrigens wirklich einen schönen Soundtrack. Natürlich auch sehr David Bowie-lastig, der Film. Und das ist die NES-Version, oder beziehungsweise genau genommen eigentlich die Famicom-Version. Und ihr werdet gleich sehen, die ist ein bisschen komisch. Ihr seht, das ist Activision, das ist Jim Henson. Ist natürlich Nintendo, klar. Also, da sind schon Leute dabei gewesen, die Rang und Namen haben. Und da ist der Kobold-König. Let's dance! Ja, da sieht Bowie ein bisschen komisch aus. So ein bisschen eher wie die Manga-Edition. Und das ist, äh, ja. Das soll eben Jennifer Connelly darstellen. In vielleicht ein bisschen jünger. Äh, ein bisschen zu jung vielleicht. Ja, genau. Und einfach, damit es dann natürlich für die Japaner ein bisschen geeigneter ist. Er ist halt vom Alter her ein bisschen jünger halt. Und wird angegriffen von 20.000 Tinkerbells. Kann man machen. Das muss ich natürlich fragen. Hat das was mit dem Film zu tun? Äh, also die, die Mauer. Ja, hallo Herr Hasselhoff. Will der weg singen? Oder der einzige gute Witz von Erkan und Stefan. Die Mauer muss weg. Ähm. Da geht's gleich rein. Wir haben das hier mal getestet. Deswegen weiß ich, wie der Trick geht. Das gibt es natürlich nicht. Die wird nicht von irgendwelchen Feen angegriffen. Hier seht man Hoggle, Ludo, Didymus und was auch immer ich da gerade gemacht habe. Das scheint richtig gewesen zu sein. Äh, komm, geh weg. Aber das war mir klar, dass man Labyrinth natürlich auch als so eine Art Action-RPG-Shooter irgendwas umsetzen kann. Gut, heute wär's wahrscheinlich ein Ego-Shooter. Ich kann noch nicht da rein. Doch, kann ich. Ha. So, jetzt sind wir im Labyrinth. Mhm. Soweit waren wir gerade auch. Ich nehm's vorweg. So, mit dem Soundtrack fängt die, äh, die Soundtrack-CD an. Wir sind da so im Labyrinth. Ihr seht oben die Zeit, die läuft. Die Story ist eigentlich, glaub, was jetzt bei dem kleinen Mädel vielleicht nicht ganz so passt. Sarah muss eigentlich, ich glaub, das ist die Raupe. Genau. 38 Edelsteine willst du. Nö, ist klar. Jetzt hab ich 48. Ja, die schenkt ja doch 10 Stück. Nö, ist klar. Das war mir logisch. Das hast du gut ausgehandelt. Heute war's, er handelt, er hat 10. Ah, er hat 10, 10, 10. Hahaha. Nix, 36 ist so sauer. Dass ja keiner weiß, diese Version ist eigentlich eine Handelssimulation. Das ist eigentlich Mule-Pirates und, äh, boah, ich glaub, das sollen die, sind das, ich glaub, das sind die Trolle, ne? Es gab auf jeden Fall auch ein Viecher in dem Film, die konnten ihre Köpfe abnehmen. Typisch in einem Kinderfilm halt. Na, klar, ganz normal. Aber diese Trolle sehen ja aus wie Yosemite's Sam, aber das ist jetzt nicht nebenbei. Ja, also im Film ging's wirklich darum, äh, sie muss da, glaub ich, also sie, glaub ich, äh, muss da irgendwie, ich glaub, das war ihr Bruder, ne? Schlag mich. Auf jeden Fall irgendein, irgendein, so ein, so ein, so ein, nerviges Black Babysitten und wünscht sich dann natürlich irgendwie, äh, dass sie was anderes machen muss. Das kotzt sie an, war rebellierender Teenager, ist klar, klar, klar. Und dann kommt natürlich wie ein guten Märchen, die Chance, dein Wunsch wird wahr. Und dann wird halt natürlich der Bruder entführt und sie hat 13 Stunden Zeit, ihn da aus dem Labyrinth, ne? Der Namensgeber? Aus dem Irrgarten zurückzuholen. Und, äh, David Bowie in seiner exzellenten Rolle, glaub der damals vielen, vielen weiblichen Wesen, glaub ich, in diesem Film viel Freude aufgrund seiner hautengen Klamotten gemacht hat. Ähm, dem gilt es eben zu besiegen, wobei er natürlich eigentlich nur das Herz von Sarah gewinnen will. Wir nennen das Stalking und vielleicht Freiheitsberaubung, aber es gibt Teenage-Romance-Komödien, wo das dann als Love-Story gilt. Gut, damals war sowas ja auch nicht so verruft wie heute. Ne, also, gut, du, du weißt ja, du, du kennst ja auch den Scheiß, äh, ich bin ja da hartgesotten. Ich tue mir ja so einen, so einen, so einen Scheiß tatsächlich auch an, äh, diesen Rotz, den sich heute so lange die ganzen Leute sich da angucken. Und, ähm, also es war damals schon extrem schiesig, auch in den, äh, in den damaligen Zeiten, aber heute, hast du das Gefühl, also... So, auf so einem Niveau kann ich mich gar nicht runtersaufen. Gut, da können wir ja notfalls, äh, andere Leute einfach ranlassen, die von Natur aus so ein niedriges Niveau haben. Ja, sehen Sie heute, Kino-Reviews bei Köln 0815. Hey, Jacqueline, mach mal den Fernseher an! Was ist denn ein Fernseher? Na, der da! Hä? Das ist doch der Klaus! Ja, mach den Klaus an! Höhö! Also, ihr seht, die Zeit läuft weg, wir, ich hab, wir haben uns sozusagen offscreen, ja? Ihr kriegt auch nicht alles mit, weil wir machen auch tolle Absprachen übrigens, das ist in Let's-Play-Kreisen immer so, da gibt's riesengroße Behörden und eine internationale Kommission. Geht ja alles nicht so frei, wie ihr euch das vorstellt, macht. Hm, und haben wir uns beschlossen, dass wir einfach mal gucken, was passiert, wenn die Zeit vorbei ist, dann ist wahrscheinlich Game Over. Mehr werde ich euch auch von dieser Version nicht zeigen, weil die hat nicht so wirklich was mit dem Game zu tun, was ihr gleich sehen werdet. Ich würde sagen, diese Version ist einfach mal da, ne? Was ganz putzig ist, das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, für die Leute, die, oder die zwei Leute, die noch nie was von Labyrinth gehört haben. Äh, auf dem C64 haben sie es so umgesetzt, ich glaub, auf dem Apple II ist das, glaub ich, auch so. Das fängt mit einem klassischen, für damalige Fällen... Hab ich tatsächlich, bin ich tatsächlich weiter? Nö, ist klar. Okay. Ja, super, jetzt kann ich schon von vorne anfangen, oder? Schreibt in die Kommentare, äh, du bist ein Labyrinth-Gott. Schreibt es bitte richtig. Und wenn nicht, googelt vorher. Ja, es gibt eine Autokorrektur, auch bei Google. Und wenn das auch nicht funktioniert, fragt den Pädagogen meines Vertrauens. Und wenn der euch nicht weiterhelft, bleibt bei Google. Google weiß alles. Google weiß alles. Hat ja auch alle Daten von euch. Genau. Nein, also Spaß beiseite. Achso, bin ich hier richtig? Ja, 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 klar, komm. Möchtest du gerade bitte meine Freundin sein? Ja, möchte ich. Wir haben noch 33 Sekunden. Ich glaube, wir spielen dieses Spiel nicht durch. Das wird knapp. Und das ist jetzt okay. Oh. Immerhin kann man hier jetzt nochmal unter den Rock gucken. Und das in dem Alter. Also ich würde nochmal vorsichtshalber einen schwarzen Balken drüber machen. Nein, ich mache das nicht. Man muss auch hier mal Härte zeigen. Man muss Mut zum Risiko zeigen. Genau. Ganz wichtig ist übrigens der Kristallbälle. Damit spielt Bowie die ganze Zeit rum. Ihr versteht. Bälle. Ich gehe schon davon aus, dass es damals als Phallos-Symbol war. Also auch wenn man irgendwie Reviewer und sowas fragt. Also die Weiber sind bei Bowie damals mehr als steil gegangen. Also nur mal so für euch, die das wissen wollt. Ja, was ja heute natürlich nicht mehr ganz so gut klappt bei ihm. Obwohl ist immer noch ein Fashion-Ikone und der androgyne Superstar, der ja immerhin singen und Gitarre spielen ja kann. Das muss man nicht mehr lassen. Ja, da sage ich nichts dagegen. Ja, dann sind wir wieder... Achso, nee, das machen wir nicht. So, das war jetzt Folge 0. Ich gebe es vorweg. Wir machen jetzt gleich mit Folge 1 weiter. Revolutionäres Design. Wir fangen mit Folge 0 an. Da weiß ich, da gibt es schon irgendwelche Playlisten. Da gibt es schon wieder Leute, die Panik kriegen. Schock. Auf deren Seite nicht so unbedingt funktioniert. Aber, mein Gott. Wir sind der Kobold-König. Wir dürfen das. Wir sehen uns gleich in Folge 1 wieder. Zusammen mit dem großartigen Starkiller vom Telespiel-TV-Channel. Ich bin euer MrWenom1974. und Folge 1 kommt bei Folge 1. Und nun Sarah, dance for me! Wir sehen uns. Ciao.